Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 3. Oktober 2022. Wir haben eine völlig neue Seite an Peter G. entdeckt. Peter G. mag Karaoke nicht besonders, aber als seine Freunde los, sing du den letzten Song riefen? Sagte er, ich bin ein wenig schüchtern, also sing ich lieber nur den einen. Daraufhin schmetterte er dann los. Schumann, der ganz in der Nähe saß, konnte sich noch an den Vorgang erinnern und erzählte uns. Peter G. war wie ausgewechselt, als das Lied losging. Er hat danach bis zum Morgendrauen weitergesungen. Schumann machte bei unserem Interview einen ziemlich müden Eindruck. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzvergaben. Verstehe, das ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Grimia Fika und Schwester. Der 3. Oktober war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. So, warte.